Die ganze Hausaufregung, gestern noch mal ziemlich lange unterwegs waren, habe ich tatsächlich vergessen, Baileys Fleisch aus dem Tiefkühler zu holen. In solchen Fällen bekommt Bailey bei uns immer eine Dose. Aktuell ist das jetzt von Dr. Klaudas das Barfmenü. Das ist jetzt so ein Komplettmenü, da ist alles enthalten, da braucht man nichts zu geben. Es gibt aber auch Barfmenüs, das ist wirklich nur reines Fleisch und dann gibt man da eben selber noch Öle, Obst und Gemüse, da gibt es auch schon fertige Sachen und noch zum Beispiel Calcium und sowas dazu. Das ist jetzt eine Mahlzeit für Bailey und es ist aus der Dose kaum was raus. So eine Dose hält bei ihr einfach jetzt auch zwei Tage. Mit so einem kleinen Hund braucht man nicht so viel. Okay.